Es war mal ein mächtiger Krieger, ein Hexer und Monsterbesieger, der badete lieber mit Frauen, statt Monster in Höhlen zu hauen. Was? Ne, Moment mal, falsche Szene. Ah, jetzt. Es war mal ein mächtiger Krieger, ein Hexer und Monsterbesieger, der klopfte in Höhlen gern Geister, im Klochen da war er der Meister. Im Kreismenü wählte er Zauber, per Gamepad das klappte ganz sauber, um diese phantomischen Zicken mal richtig mit Funken zu spicken. Ich weiß das, weil ich höchstens in Warschau The Witcher 3 spielte und da schau, das Rollenspiel wirkte fast fertig und spielerisch durchaus hochwertig. Gut Zielen im Kampf war leicht schwammig, dafür gab's zwei Schläge so rammig, dem Gegner mal ganz schwach und schnelle, mal langsam und hart eine Delle. Noch dazu konnte Gerald ja blocken, viel wichtiger war nur beim Zocken, den Schlägen des Feinds auszuweichen, sonst zählte man schnell zu den Leichen. Gefechte waren dadurch ganz spaßig, doch wie war das neulich, da las ich, dass sehr viele Fans wissen wollen, was sie von der Welt halten sollen. Denn groß allein reicht ja nicht immer, wie bei einem noch ganz leeren Zimmer braucht's Inhalt, um was zu erleben, zu finden und Schätze zu heben. Gespielt habe ich selbst jüngst den Anfang des Spiels und danach kam der Hauptgang, ne Tour auf den Inseln von Skellige, die Landschaft hier ist ne gefällige. Sie zählt zu den drei Großregionen, zum Jagen von Monsterlegionen, die Stadt Novigrat ist die zweite, hinzu kommt des Niemandslands Weite. Es gibt da noch kleinere Ecken, die sich jedoch anfangs verstecken, erst später im Lauf der Geschichten führen Gerald auch dorthin die Pflichten. Das Schöne am Weltenerkunden ist aber, und da geht's um Stunden, dass Gerald auch einfach so reiten kann hier durch die frostigen Weiten. Und überall gibt es Schauplätze, an denen verstecken sich Schätze, zum Beispiel fand ich ein Gemäuer und darin ein Schwert. Ungeheuer. Ich nehme die entwickelnden Polen beim Wort, wenn sie stets wiederholen, dass Hexer selbst in dunklen Grotten was finden und sei's nur Klamotten. Zudem gibt es in allen Winkeln Aufträge von sonst welchen Pinkeln, selbst das gottverlassenste Nestchen hat immer ein paar nette Questchen. Okay, das war jetzt ein bisschen holprig, aber ist ja wurscht, weiter. Bevor ich das Dörfchen erreiche, geht's vorbei an Buche und Eiche. Gestrüpp dient nicht nur zum Anschauen, aufs Kräutern kann Tränke ich brauen. Und noch kurz ein Wort zur Kulisse, was ich im Spiel gar nicht vermisse, ist nämlich mehr Leben am Rande, es wuselt schon ziemlich im Lande. Selbst in diesem schimmeligen Weiler, da grasen und grunzen die Keiler und auch rundherum in den Rüben Soldaten das Schwertschwingen üben. Ein alter Mann lehnt dort am Zaune, wahrscheinlich hat er schlechte Laune, ganz anders das Kind mit der Mütze, das hüpft hochvergnügt durch ne Pfütze. In jedem Dorf steht noch ganz nett so, wie vorne da ein schwarzes Brett wo, die Einwohnerhilfe erfragen, was arbeitslos, ich kann nicht klagen. Bergleute sind hier wohl verschwunden, ein böses Schaf hat man gefunden, ne Dame, die sucht einen Lover, das passt Gerald Marx undercover. Also undercover wie unter der Bettdecke, wir verstehen uns schon. Und dann gibt's noch den alten Streiter, der wünscht sich mit 80 nix weiter, als mit auf nen Raubzug zu gehen, ein letztes Gefecht zu bestehen. Das sind interessante Ideen, kein Standard, wie wir ihn oft sehen, beim Sammeln von Pelzen und Ohren, da ginge der Spielspaß verloren. Und hier bekommt unser Schwertträger schon wieder ne Quest dieser Jäger, sucht zufällig just nach drei Mördern, zum Unter-die-Erde-befördern. Natürlich ist nicht jede Queste erzählerisch die allerbeste, manchmal muss man einfach nur hauen, manchmal sich nach Spuren umschauen. Natürlich kann ich auch nicht sagen, ob's später noch Grund gibt zum Klagen, mein Spieltermin ging nur drei Stunden, dann war wieder Schluss mit Erkunden. Die Szenen hier habe ich bekommen, vom Studio nicht selbst aufgenommen, The Witcher läuft hier auf Computer und hohen Details wohl ein guter. Es ginge sogar noch prachtvoller, bis sehr hoch und ultra viel toller, doch sind jene sehr hohen Grade noch nicht optimiert, das ist schade. Und jetzt höre ich kurz auf zu dichten, zu hören gibt's nämlich mitnichten, hier englische Sprecher die saugen, im Gegenteil gute die taugen. Der deutschen Version neulich lauschend, fand ich es nicht ganz so berauschend, wie Sprecher im Deutschen so klingen, die englischen sind's diesmehr bringen. Der Wegweiser dient zur Schnellreise und Geralt springt praktischerweise von so einem Schild hin zum anderen und muss deshalb nicht ewig wandern. Die Ortsschilder muss er entdecken, wobei sie sich ja nicht verstecken, man sieht's ja hier auf dieser Karte gibt's Schilder wie Dokus auf Arte. Beim Reisen wie hier an den Hafen kann man mal sekundenlang schlafen, denn es gibt ne Pause zum Laden, danach kann der Hexer dann baden. Nur Spaß erreist nicht aus Vergnügen, stattdessen führt Ich will nicht lügen. Zur Burg hier der Streit um die Krone, die Königswahl, die ist nicht ohne. Die Tochter, die wirkt ganz geduldig, der kräftige Sohn macht sich schuldig, Entscheidungen nie zu durchdenken, wer soll da das Königreich lenken? Der Hexer kann's aber auch lassen und bei dem Dilemma mal passen, dann wählt er halt keinen der beiden, den Adel kann eh er nicht leiden. Egal wie man letztlich entscheidet, die Folgen der Hexer durchleidet, denn jede Wahl, die soll man spüren, viel Wege zum Ziele hier führen. Doch von solchen großen Geschichten ein andermal will ich berichten. Stattdessen geht's hier an die Küsten, getrieben von Beutegelüsten. Ein Leuchtturm, der lockt auf der Klippe, wer hingeht, riskiert dicke Lippe, womöglich haust dort ja ein Wärter, in Form eines Monsters nur härter. Doch es gibt ja in diesen Fjorden auch leichtere Gegner in Horden, erchütten zum Beispiel die Flattern da vorne im Winde und schnattern. Das Dumme an fliegenden Schuften ist, dass sie vom Boden verduften und lieber im Fluge angreifen, was sind Flatterviecher für Pfeifen. Und so kriegt man nur auf die Mütze, wenn man nicht agiert hier als Schütze und etwa mit loderndem Feuer, vom Himmel holt die Ungeheuer. Zudem hat der Hexer eine neue, äh Waffe, das ist seine Treue, und nützliche Armbrust, die Flieger, zu Bodenbolz, Gerald bleibt Sieger. Und jetzt scheint er doch noch zu brauchen, ein Bad, nein er geht lieber tauchen, selbst Meere beherbergen Schätze und Gegner unwichtige Plätze. Das war's und ich bin mir nicht sicher, ob mein Reimen hier erntet gekicher, das war ein Versuch und nur der macht ja klug, dann macht's gut und bis bald, euer Micha.